Das ist mal eine interessante Frage. Servus Schorsch, ich habe gesehen, dass du dich für die Biogasnutzung und für erneuerbare Energien im Allgemeinen engagierst. Ich frage mich, warum tust du das und was hat denn ein Rennrodler mit Umweltschutz zu tun? Also warum engagiere ich mich? Ah, wisst ihr was? Kommt ihr am besten mit, ich zeige euch was. Es ist ein Wahnsinn, es ist einfach so schön hier. Es ist eine Natur, es ist ein Genuss und es ist etwas Einzigartiges und das müssen wir bewahren. Wir dürfen so etwas nicht zerstören. Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich kenne hier diese Gegend mein ganzes Leben. Es ist meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl, weil hier hat man eine super Aussicht auf diese grandiose Landschaft. Und darum, mei. Ich bin einfach der Meinung, es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Es lohnt sich dafür zu kämpfen, dass das, was wir hier haben, erhalten bleibt. Und darum engagiere ich mich. Insbesondere für regenerative Energien und für die Nutzung von Biogas. All right, ich bin hier bist. Bye-bye. All right, Izzyk- Westminster. All right. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Vielen Dank.